Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssey-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Wochenbeginn. Ja, ich hoffe, Sie hatten ein schönes und erholsames Wochenende, auch wenn Ihnen der Staat eine Stunde davon geraubt hat. Ja, Sie nennen es Sommerzeit, also ich komme darauf gar nicht klar. Sie kennen das ja, diesen Jetlag nach dieser Zeitumstellung, eine Stunde früher aufstehen. Ja, bei mir ist es dann 5 Uhr morgens statt 6 Uhr morgens, naja, wie dem auch sei. Ich meine, die EU, die hat ja wohl 2021 entschieden, dass damit Schluss sein soll. Naja, aber bisher geht es halt noch weiter, weil sich die Mitgliedsländer halt noch nicht darauf einigen konnten, welche Zeit denn jetzt gelten soll, die Sommerzeit oder eben die Winterzeit, die ja die eigentliche Zeit ist. Ja, das scheint den Damen und Herren in Brüssel irgendwie ein Stück weit zu hoch zu sein, wie dem auch sei. Ich möchte beginnen mit einem schönen Zitat. Man kann es nicht oft genug betonen, die Klimakrise ist eingebildeter Schwachsinn, gesellschaftliche Hypochondrie. Ihr Sinn und Zweck ist die Einführung des Sozialismus, die Beraubung der Menschen um Habgut, Freiheit und Recht. Durchschaut es oder ihr werdet ausgezogen. Ja, wer hat es gesagt? Richtig, Markus Kreil war es letzte Woche schon und zwar bei Twitter und damit hat er natürlich vollumfänglich Recht. Tja, warum dieses Zitat? Sie haben es vielleicht mitgekriegt. RBB berichtet. Klima-Volksentscheid gescheitert. Initiative verfehlt Quorum deutlich. Rund 442.000 Menschen stimmten für Berlin 2030 klimaneutral, rund 423.000 dagegen. Das nötige Quorum von 607.518 Stimmen wird deutlich verfehlt. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,8 Prozent. Ja, meine Damen und Herren, es ist eigentlich kaum zu fassen, diese Nachricht aus Berlin. Also man hätte ja wirklich alles erwartet, nur nicht, dass dieses Quorum tatsächlich scheitert. Also ich zumindest habe mit dem Schlimmsten gerechnet, habe wirklich, ja, damit gerechnet, dass dieser Volksentscheid angenommen werden wird. Ja, und dass sich dann der Berliner Senat in den kommenden Jahren dazu genötigt sehen würde, eben entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die Leute weiter zu drangsalieren und zu enteignen. Aber es ist nicht so weit gekommen. Ich glaube, es waren dann tatsächlich 18,7 Prozent der Berliner Bevölkerung, die sich dann für diesen Volksentscheid entschieden haben. 25 Prozent hätten es sein müssen. Ja, und das macht doch eine Sache wieder ziemlich, ziemlich deutlich, dass nämlich die öffentliche Meinung vielleicht eine ganz, ganz andere ist als die veröffentlichte Meinung. Ja, also es wird uns ja aller Tage erzählt, dass wir ja alle gewissermaßen den Klimawandel, die Klimakrise als das Größte aller Probleme annehmen, ansehen. Ja, da gab es ja, ich hatte ja letzte Woche darüber berichtet, hier 56 Prozent der Menschen wären auch damit einverstanden, dass ihnen dann irgendwann einmal ein festes CO2-Kontingent zugewiesen werden würde. Also es wird alles dafür getan, so zu tun, als sei hier eine große Mehrheit dafür, dass jetzt eben hier diese Maßnahmen ergriffen werden, um uns vor dem Klimakaos doch noch irgendwie zu beschützen. Ja, dem ist aber nicht so. Und ja, ich sag mal, diese Nachricht aus Berlin, die spricht eigentlich Bände. Also wenn, ja, wenn denn tatsächlich irgendwo eine Mehrheit vorhanden sein sollte, die den ganzen Quatsch irgendwo für voll nimmt und die diesen ganzen Quatsch auch mitmacht, ja dann ja wohl in Berlin. Aber wenn selbst in Berlin ein solcher Volksentscheid nicht zustande kommt, beziehungsweise nicht angenommen wird, ja dann, dann gibt das doch wirklich Hoffnung. Hoffnung, dass hier tatsächlich doch die allerallermeisten Menschen irgendwie doch noch bei Verstand geblieben sind und sogar sehr, sehr viele Menschen davon in Berlin leben. Ja, also insgesamt haben sich ja 423.000 Menschen gegen diesen Entscheid entschieden und ja, selbst das ist, ja wie soll man sagen, ja das ist eigentlich phänomenal. Man muss sich ja mal vor Augen halten, dass eben doch seitens diverser NGOs und auch seitens der Parteien viel, viel, viel Werbung gemacht worden ist, eben für diesen Volksentscheid. Ja, also da wurden ja alle Kanäle bedient, die eben dafür Werbung gemacht haben und obwohl hier Propaganda stattgefunden hat, noch und nöcher hat es nicht gereicht. Und es hat sogar gegenteiligen Effekt erzeugt, nämlich, dass auch die Gegner einer solchen, dieses Volksentscheides sich haben mobilisieren lassen und das in einer ziemlich großen Anzahl. Also die, ich sag mal, der Abstand zwischen denen, die dafür, beziehungsweise die dagegen gestimmt haben, der ist ja nun doch ziemlich gering. Also es waren ja beinahe 50 Prozent, die sich dagegen entschieden haben. Ja, und wie gesagt, das gibt ja doch noch Hoffnung und ja, ich möchte quasi diese Meldung abschließen mit einem Zitat von, Sie kennen sie alle, Luisa Neubauer. Das hat sie nämlich kurz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses bei Twitter von sich gegeben. Eine Mehrheit für Hashtag Berlin 2030. Und trotzdem reicht es nicht. Das ist nicht nur hart für den Volksentscheid, sondern für alle, die sich darauf verlassen können sollten, dass im Klimaschutz endlich losgelegt wird. Wir kämpfen bergauf. Aber auch heute ist klar, wir kämpfen weiter. Ich weiß nicht, was diese Dame unter Mehrheit versteht. 18,7 Prozent der Menschen sind keine Mehrheit, auch nicht in Berlin. Und ja, nichtsdestotrotz, diese Dame versucht sich nichtsdestotrotz, dieses Ergebnis irgendwie schönzureden, versucht zu suggerieren, dass eben doch eine Mehrheit da wäre, die ihre persönlichen Ziele verfolgt. Und ja, dem ist halt nicht so. Und schauen Sie doch einfach mal bei Twitter vorbei. Ich glaube, zur Stunde ereilt sie doch einen Shitstorm ungeahnten Ausmaßes. Viele, viele Leute kommentieren diesen Beitrag entsprechend süffisant. Ja, meine Damen und Herren, Sie kriegen es ja alle mit, Mega-Streiktag in Deutschland. Also es fahren keine Züge, es fahren keine Busse, Flugzeuge bleiben am Boden. Und ja, wie soll man sagen, das ist halt auch wieder so eine Art Lockdown der ganz anderen Art. Und zwar initiiert von Leuten, die, ja, wie soll ich erzählen, die es offenbar nicht verstanden haben, wo hier eigentlich das Problem liegt. Ich hatte es in der letzten Woche schon mal erwähnt. Das Problem ist nicht, dass die Leute zu wenig Geld verdienen. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass das Geld, das sie verdienen, permanent weniger und weniger und weniger wert wird. Und das Zweite ist natürlich, dass wir hier Steuern und Abgaben zu zahlen haben, die wirklich jedes, wenn man überhaupt von einem vernünftigen Maß sprechen kann, vollständig sprengen. Ja, also statt, dass die Leute, diese Gewerkschaftsfunktionäre bzw. diese Gewerkschaftsmitglieder, dass die mal auf die Straße gehen und sich dagegen aussprechen, dass die Regierung doch endlich mal aufhören sollte, das Geld zu drucken, was ihr eigenes Geld eben entsprechend entwertet. Nein, stattdessen fordert man mehr Geld, mehr wertloses Geld, wenn man so will. Ja, und damit heizt man eigentlich diesen, diesen Kreislauf weiter und weiter und weiter an. Verzeihung. Apropos Geldentwertung. Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, am Freitag musste die Deutsche Bank, musste der Kurs der Deutschen Bank ganz massive Verluste an der Börse hinnehmen. Ich glaube, zeitweise ging der Kurs um knapp 15% nach unten. Das hat sich dann wohl wieder ein bisschen erholt. Ich glaube, am Ende waren es dann etwas über 8%, die der Kurs der Deutschen Bank eingesackt ist. Sie kriegen es ja alle mit, Bankenkrise, wohin man blickt, erst in den USA, die Silicon Valley Bank, dann jetzt in der Schweiz, die, wie hieß sie nochmal, die Bank, die Credit Suisse, richtig, mir war der Name kurz entfallen. Ja, und jetzt, jetzt steht auch die Deutsche Bank gewissermaßen im Fokus dieser ganzen Entwicklung und da berichtet das sehr renommierte Magazin Suspector aus Großbritannien. Ein Zusammenbruch der Deutschen Bank wäre eine Bedrohung für die gesamte Eurozone. Die Deutsche Bank steckt seit Jahren in Schwierigkeiten, ähnlich wie die Credit Suisse, und Spekulationen über ihr Überleben wirbeln durch die Märkte. Wenn eine große Institution in dieser Krise das Vertrauen ihrer Anleger verlieren würde, würde sie wahrscheinlich immer ganz vorne in der Warteschlange stehen. Es bleibt abzuwarten, was als nächstes passiert, aber der einzige wirkliche Ausweg wird darin bestehen, dass die deutsche Regierung und die EZB mit einer Garantie einspringen und die Verluste der Deutschen Bank aufzufangen und zu garantieren, dass die Einleger vollständig bezahlt werden. Und schon wieder, meine Damen und Herren, Geld drucken. Geld drucken, wo es nur geht. Geld drucken, das ist das, ja, das ist die einzige Wahl der Mittel, die unseren Politikern heutzutage noch einfällt. Ich möchte da mal an eine Lust, an ein lustiges Meme erinnern. Kennen Sie das vielleicht? Da steht ein junger Mann vor einem, ja, vor einer, vor einem Bürgermeister und fragt, ja, wenn ihr doch alle Geld drucken könnt, warum zahlen wir dann überhaupt noch Steuern? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, nichtsdestotrotz, die Bankenkrise geht weiter. Und ja, wie gesagt, es bleibt abzuwarten, was hier noch passiert. Ich bin zwar kein Anlageberater, aber ich an ihrer Stelle würde nun alles dafür tun, die eventuell noch vorhandenen, ja, Guthaben auf dem Sparkonto oder auch das Barvermögen, soweit es eben geht, in Sachwerte zu stecken, die ihren Wert, Entschuldigung, behalten werden. Das wäre dann beispielsweise Gold, Silber oder vielleicht auch Bitcoins. Ja, meine Damen und Herren, ich muss mich heute ein klein wenig beeilen. Es sind jetzt 11, naja, gut, es hat doch wieder einige Zeit gedauert. Nun, meine Damen und Herren, hier ist jede Menge los, wir haben jede Menge zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, eigentümlich frei veranstaltet im November eine Konferenz mit sehr, 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 sehr renommierten Rednern. Und ich glaube, ich werde den Link zu dieser Konferenz im ersten Kommentar unter diesem Video hier verlinken. Und ja, vielleicht möchten Sie daran ja teilnehmen, schauen Sie mal drauf. Also die Teilnehmerliste ist tatsächlich hochkarätig. Ansonsten, wir bringen ja dieses Heft heraus eigentümlich frei. Sie wissen es wahrscheinlich schon, ich hatte es diverse Male erwähnt. Also wenn Sie uns unterstützen wollen, dann beziehen Sie doch eine Einzelausgabe oder ein Schnupperabonnement oder vielleicht auch direkt ein Jahresabonnement. Leben in Amerika, Alltag in den USA. Was ist so ganz anders als bei uns? Ist das Schwerpunktthema diese Woche. Und falls Sie uns anderweitig unterstützen wollen, Sie können jetzt auch Kanalmitglied werden. Ich glaube, das geht schon ab 99 Cent. Und Sie können, ich glaube, an dieser Stelle den Thanks-Button drücken. Damit können Sie uns ebenfalls unterstützen. Wir würden uns wirklich sehr, 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 sehr darüber freuen. Und ich für meinen Teil. Ich würde mich natürlich immer noch darüber freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen würden. Der größte, bekannteste und beste Schlagerstar dieses Universums zu werden. Und zu diesem Zweck bitte ich Sie. Klicken Sie doch bitte auf dieses Video hier. Steuern sind Raub. Und klicken Sie auf dieses Video hier. Ich lieb CO2. Und teilen Sie diese Videos bitte mit aller Welt. Sodass mein Vorhaben größter und bekanntester Schlagerstar dieses Universums zu werden. Doch noch Wirklichkeit werden wird. In diesem Sinne alles Gute und bis morgen. Und tschüss. Und dann geht's.